Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Edna, bricht aus. Ja, ich bin jetzt wieder hier an dieser Stelle, musste natürlich alles normal spielen, weil ich hier ganz inzwischen überhaupt nicht gespeichert hatte. Und dann ist es ja abgeschmiert. Ich hoffe, es schmiert nicht wieder an derselben Stelle ab. Aber... was? Ah, Edna. Was ist hier passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon. Und wir sehen, es schmiert wieder ab. Das wäre jetzt sehr ärgerlich, wenn wir über diese Stelle nicht hinauskommen würden. Ja, bis gleich. Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Edna, bricht aus. Ja, wundert euch nicht. Es ging wieder aus und wieder aus und wieder aus. Keine Ahnung, ich mache jetzt einfach mal hier ein bisschen was anderes, denn mir ist ja aufgefallen, dass wir hier nämlich auch noch das benutzen könnten. Und dann ist da auf jeden Fall die Lampe an. Das heißt, der Gitarrenverstärker wäre jetzt bereit. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob uns das jetzt weiterhilft, weil an diesen Dingern sind ja die Kopfhörer dran. Das sollte doch eigentlich jetzt so laut werden. Aber der Gitarrenverstärker ist ja nicht mit dem hier verbunden. Und dann weiß ich ja immer noch nicht, was wir hier da drücken sollen. Und vor allem welcher Knopf. So funktioniert das Ganze. So funktioniert das Ganze auch. Aber so nicht. Jetzt, wo ich nur doof rumprobiere, weißt du, funktioniert ja was. Der sitzt ja auch da oben. Okay, was habe ich denn jetzt gedrückt? Jetzt habe ich das A gedrückt. Jetzt gucke ich doch nochmal ganz kurz auf meinen Zettel, das A. Wäre er jetzt das zweite Ding gewesen, oder was? Ich mache mal lustig weiter. Okay. Kommt da jetzt auch wieder was kommt? Keine Ahnung, ob das jetzt so richtig ist, oder ob es jetzt einfach immer wieder das Gleiche kommt. Mhm. Ich probiere jetzt hier nochmal dieses, äh, die Sachen aus, die ich mir gerade aufgeschrieben hatte. Aber ich glaube, es ist... Egal, es kommt jetzt nur noch dasselbe. Irgendwie kriegen wir diese Rückkopplung da nicht hin. Oh, jetzt kommt's um. Oh. Hey, das rockt. Ah. Das war lustig. Das hatten wir jetzt gedrückt, das A? Ne, das E. Also müssen wir jetzt noch das A drücken. Hey, das rockt. Jetzt kommt wieder dasselbe. Ah. Aufhören. Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. Mhm. Okay, zum letzten Mal drücke ich jetzt hier mal das noch. Dann haben wir das gespielt, was auf diesem Buch stand. Aber jetzt kommt bestimmt wieder das Gleiche. Hey, das rockt! Aufhören! Das ist ja grauenvoll! Schalt das ab! Okay, irgendwie... Das war lustig. Wir drehen uns dann aber irgendwie im Kreis, ne? Keine Ahnung. Ich mache jetzt das da auch nochmal an. Mensch, benutze das. Oh! Ach du Schreck! Ah ja. Fahrstuhlgeorgel! Schnell wieder ausscheiden! Nee, es hat doch nichts gebracht. Ich habe gerade kurz gedacht, das wäre was anderes, aber nee. Hm, ich habe keine Ahnung und auch wenn es jetzt blöd ist, speichere ich jetzt nochmal an dieser Stelle. So. Ähm, wenn ich jetzt auch gehe, ich wette mit euch, dass es wieder ausgeht. Mal wenn er sagt, ne? Ah, Ätna. Was ist hier passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon! Und jetzt geht's wieder aus. Juhu, hallo! Da bin ich wieder. Jetzt stehen wir hier oben. Ich habe es tausendmal jetzt geklickt und probiert und, äh, ja, es ging immer nicht. Und irgendwann hat es einmal funktioniert, dass ich weiterkam. Ne? Also wir haben jetzt das kleine Gespräch jetzt hier mit ihm verpasst. Ähm, ich habe es danach nochmal versucht, äh, wieder versucht, um vielleicht das Gespräch noch irgendwie mit drauf zu kriegen. Aber keine Chance, ne? Ich bin so froh, dass, ähm, wenn man weiterspielen drückt bei Ätna, dann kam ich hierhin, weil ansonsten wäre ich schon wieder nicht hierhin gekommen. Und, äh, wir haben jetzt halt nur so ein kurzes Gespräch verpasst, wo er meinte, ja, Ätna, du hättest mich besser nicht befreien sollen. Irgendwie so. Ja, ist jetzt hoffentlich nicht ganz so schlimm, dass uns das kleine Tichtelmächte jetzt hier fehlt, aber okay, ne? Wir kommen hoffentlich jetzt weiter und ich kann das in die andere Folge jetzt noch mit ranheften. So, ja, hier ist der Pastor, ne? Wir schauen ihn uns mal an. Seine Leiche. Da ist nichts mehr zu retten. M-m. Können wir den runterholen? Wahrscheinlich nicht. Da ist nichts mehr... Da ist nichts mehr zu retten. Okay, hinten ist noch eine Leiter. Hier ist natürlich noch dieses Fenster. Ich erkenne das Alpha. Aber wo ist das Omega? Mhm. Huch. Oh. Das funktioniert, hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Okay, aber doch nicht richtig. So eine habe ich schon. Hm? Wieso hast du so eine schon? Das verstehe ich nicht ganz. Ähm, ne. Nein, wir lassen das jetzt unkommentiert. Ich glaube, was vorhängt. Wozu? Es ist kalt. Nein, ich meine, dass du da was vorhängst. Okay, ähm... Schauen wir mal, ob wir mit ihm sprechen können. Ne, wir sehen uns ihn erst mal an. Ich hatte ja keine Ahnung. Mhm. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Ja, worüber denn? Ich schubse ihn einfach runter. Mach ja keine Dummheiten. Und, was sollst du tun, wenn wir dich runtergeschubst haben? Mach ja keine Dummheiten. Okay, ich lass ihn mal. Wir gehen mal weiter hoch. Gucken mal, ob es dann noch irgendwo lang geht. Ah. Oh. Die Glocke. Kann man hier noch ein bisschen Lärm machen? Ja, natürlich. Das hat mir mein Chiropraktiker verboten. Mit bloßen Händen. Da haben wir noch den Mond. Und die Ferne. Dann hauen wir doch dagegen. Jetzt machen wir noch ein bisschen schönen Krach hier. Komm doch. Mir doch egal. Wir haben hier nichts mehr zu verlieren. Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. Okay, es ist auf jeden Fall nicht das Richtige, was wir machen sollen. Irgendwas fehlt uns hier noch. Da ist auch die Orgel, aber können wir nichts machen. Ja, mir fehlen gerade wieder so ein bisschen die Ideen. Ich meine, wir haben ja schon auf der Gitarre, also auf der Orgel gespielt, sodass die Gitarre da Lärm machte. Wir haben das Kassetten-Ding hier angemacht. Das stört ihn aber auch nicht wirklich. Da kommen wir nicht durch. Hier haben wir zwar auch noch mal die Orgel pfeifen, aber ich wüsste nicht, was wir da jetzt auch noch machen könnten. Hm. Ja, wir fehlen gerade ein bisschen die Ideen wieder mal. Aber gut, ich werde jetzt mal den ganzen Schnipselkram, den ich jetzt habe, zusammenschneiden. Und mir mal überlegen, was wir hier noch so tun könnten. Und, aber für heute reicht es jetzt erstmal. Ich habe schon wieder eine ganze Weile aufgenommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und freue mich wie immer auf eure Kommentare. Tschüssi!